Was ist hier los, bitte? Ich bin zum Islam übergetreten. Alhamdulillah. Aha. Was heißt denn da Aha? Die Nina ist zum Islam konvertiert. Online. Es geht tatsächlich, ich hab's gegoogelt. Ich heiße jetzt Fatima. Sie hat öfters ihr Splits. Es geht aber wieder vorbei. Bismillahirrahmanirrahim. Du bist so gestört. Und du bist eine Rassistin. Hauptsache, man glaubt an irgendwas. Die Nazis haben auch an irgendwas geglaubt. Niemand weiß, was seine 16-jährigen Kinder so treiben. Die hat schon angefangen, mit Bonten zu basteln. Und jetzt ist sie im Entschärfungsdienst im Bundesheer. Bundesheer? Die ist 16, da machen sie sowas. Das hab ich ja auch noch verstanden. Drogen und Schulenschwänzen. Aber jetzt sich hier so einen religiösen Zwang unterwerfen? Der Islam ist grad voll Liebster geworden. Na, was kommt als nächstes? Besheiraten? Bringen Sie Ihre Tochter zu Palums? Sie sind die Moslems. Für Sie ist das Kopftuch normal. Es gibt für alles eine Lösung. Verbote sind es nicht. Irgendwas ist passiert zwischen oben ohne und dem da. Aber was? 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 Wa alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum. Wa alaikum. Assalam heißt das. Immer leicht auf der Faschings-Gschnaß? Na, wir müssen zur Hochzeit unserer Tochter. Und wir haben uns auch ziemlich eilig. throne space. Und dann leben wir auf der Faschings-Gschnaß. Wie bitte? Wir müssen vorbeinen. Danke, Yu-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Die Höhle-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Die Höhle-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Vielen Dank.